Devasana, die Götterstellung. Deva heißt Gott, Deva heißt Gottheit, Deva heißt Lichtwesen oder auch Engel. Raffaella zeigt dir, wie du zum Engel werden kannst. Lege dich auf den Rücken, gib die Beine etwas nach hinten, beuge die Knie etwas und dann gib die Füße hinter den Kopf und dann falte die Hände hinter den Füßen. So bist du in Devasana, was tatsächlich eine Vorübung ist für Yoga Nidrasana, eine Stellung, wo Kopf und Füße sich berühren, was in der indischen Mythologie manchmal ein Gott ausmacht. Erst vollständig unten und oben berühren sich jenseits aller Dualitäten die Erfahrung der Einheit.